Ich bin davon überzeugt, wir stehen an der Schwelle einer neuen, einer vierten industriellen Revolution, die sehr wohl einige Chancen beinhaltet, allerdings auch Risiken für die Beschäftigung beinhaltet. Insofern besteht die Notwendigkeit einer großen gesellschaftlichen Debatte über die Frage, wie wir künftig arbeiten und leben wollen in Europa. Ich sehe besondere Herausforderungen für die Politik in der Gestaltung dieses Prozesses. Das erste ist die Frage der Qualifikationen, damit die Menschen gute Arbeit finden können. Das zweite ist die Frage der Mitbestimmung. Die Beschäftigten müssen beteiligt werden an diesem Prozess. Das dritte ist der Schutz der Arbeitsrechte. Die Menschen dürfen nicht zur Willkür in diesem Prozess werden. Und das letzte ist, wir müssen dafür sorgen, dass eine europäische Entwicklung eingeleitet wird, in der auch die Randregionen Europas an der Wertschöpfung beteiligt werden. Das erfordert Investitionen in neue, gute und nachhaltige, tariflich entlohnte Arbeit.